Junge, was zeigst du da drauf? Ja, ja, wenn du tot und mögst. Ey, wenn du aufschließt, kannst du mir was zu trinken wollen, bitte? Ich kann Wasser empfehlen. Ja, es geht auch. Vögel. So, wir machen hier weiter mit Oversale diesmal. Und beim letzten Mal haben wir aufgehört, wo wir bei den Minen waren. Oh. Wir sind hier halt jetzt in den Minen. Gegner. Doppelminen. Was? Was kommst du? Ja, okay, wie geht die Steuer um? Ne, ne, war noch Falltasten oder nicht? Warum? War noch Falltasten. Junge, was muss ich tun? War noch Falltasten. Bist du Storm? Bitte. Mach die. Eskalation. Mit Leertaste. Stimmt. Total Eskalation. Aha. Aber die wird's tun. Ja. Ist ja normal, ne? Ne. 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 Auch nur so. Junge. Warum? Haben die so viel Leben. Du bist ja bei jedem Boss gestorben, den wir bis jetzt gespielt haben. Ne. Ich glaube bei Sani hast du noch überlebt. Aber dann haben wir ja genau startet. Kann man da rein? Grand Dad! Du hast eine Kamera! Eeeeeecht! Samma. Ich hasse dich. Okay, okay. Ich kann mich nicht bewegen. 1 zu 1 kopiert. Ne. Doch, hä? Tavisch. Tavisch. Metal Tavisch. Was? Junge! Ey. Jetzt. Okay. Jetzt hast du es maßlos übertrieben. Nick hat gerade. Er hat getrunken. Und hat Wasser ausgespuckt. Auf. Mein PC. Ich hasse dich. Nein. Alles Gute. Das musst du verstehen. Ich trink's so grad, ne? Da kommt auf einmal so ne Welle auf mich zu. Was für ne Welle? Frag nicht. Da war einfach ne Welle. Wie kommst du? Stößt du den Rand an? Das spritzt du Kilometer weit. Aaaaaaah. Okay. Also, ähm. Keine Ahnung, wie jetzt so ne Welle entstanden kommt in so nem Glas. Aber, äh. Junge, das ist wieder wissenschaftlich bewiesen. Aber, ähm. Das war jetzt... Das war jetzt nicht mit Absicht. Also, ich hab zwar grad nen Nachflash, aber es war trotzdem nicht mit Absicht. Was nen Na... Was für nen Flash? Nachflash. Déjà vu. Ne. Was ist da nen Nachflash? Was geht, Ying? Was geht, Ying? Ring. Ring, Ring. Ring, Ring. Und warum kenn ich das Ring Ring? Hallo? Ach ja, stimmt. Hallo? Did you miss... Did you miss... Did you miss me? Ne, 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 ne. Du musst dich schon mal. Pegas. Wie mein's? Weiß das nicht mehr? Wie mein's? Diese... Ähm. Pika... 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 Es... Ich kann mich wieder nicht bewegen... Oh... Okay... Was rollt der da rum wie ne Minecraft? Ist der hier bei Minecraft oder so? Ey guck mal, das sind Schwerter. Was glaubst du... Was verbestes? Der... Ich wette es ist Demoman. Glaub ich auch. Guck dir es mal. Ein Shortcut. Guck dir es mal. Magic. Guck dir es mal. Magic. Du kommst du. 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 Ich bin immer direkt. Du kommst runter. Dengst du. memorandum. טchl Soc. Du kommst du. Dann kommst du. Du kommst du. Was rad. Du kommst du. Du kommst du. Dollar bootlädeент. Du kommst du. Du kommst du. Was verd episódio之前 und olive소 machen. Junge, geh doch zur Hänze. Ja, weil ich auch ein Mann bin. Du siehst nicht aus wie ein Jeffy, du siehst für ihn aus wie ein... Ja! Ah, hehehehehe. Now look at this lab. Junge, was hat das Ding mit die Fahrdrift zu tun? Jungs, wir haben fast reingraufen. Vielleicht ist das... Junge, bist du schlecht. Ähm, also ich glaub, sind wir jetzt nach einem langen Cut wieder. Langen Cut oder du tust einfach fast jeden? Ja, oder... Wir sind eher... Warum hast du nicht gespeichert? Junge, du hast nicht gespeichert. Du hast nicht gespeichert. Okay, wir sind jetzt in einen Schnelldicklauf oder einen Cut wieder. Yes, 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 I'm gonna step on the gas tonight and be your lover. Yeah, 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 I'll be so quick as I play and I'll be your hero. Yes, 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 I'm gonna run as a flash tonight to be the winner. Oh, yeah, 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 I'm gonna step on the gas. Mensch, der Bayer. Ne, 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 wie ging... Wie lachen die, ähm... Sponsport-Typen, weil die Sponsport-Typen so... Am Hohen! Oh, der Leih! Ich hab mich nicht ver... Was will it be, fellas? Mustard... Er, Ketchup? ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk